Hey, Leute! Was geht nicht mal? Willkommen zu einer Folge von Minecraft Helgen! Warum bin ich denn hier alle? Leute, lass uns schnell rausgehen. Büddel mich, näh mich immer ein, Leute, hier. Oh, ich hab ja noch einen Ofen. Das war schlau, Leute. Ich hab Kartoffeln reingelegt. Ich krieg eine Nachricht, Leute! Ich wollte heute sagen, wir machen heute endlich die Farming-Folge und werden zu Full-Diamant-Upgrade, Leute, weil die Rissung hier ist viel zu schwach. Und so dürfen wir nicht in diesem Projekt rumlaufen. Warte mal, was hat mir jetzt eigentlich geschrieben? Wollen wir uns treffen? Wir haben uns doch in letzter Folge erst geredet. IT, aber es ist IT, deswegen... Ja, wo bist du, Bro? Ich hinterfrag das nicht. IT würde mich niemals verraten, Leute. Komm zum letzten Treffpunkt. Ich bin sogar noch hier, Leute. Ich glaub, das war hier irgendwo. Bin schon der. Doch, doch, das war hier beim Baum, Leute. Das weiß ich noch. Ich hab doch die Blöcke platziert wegen ITs Schwert. Was hat IT vor, Leute? Was will der uns sagen? Oh, Leute, ich muss mich auch wirklich beeilen, Leute, weil guck mal, wie viele YouTuber wieder online sind. Wenn mich einer von denen hier sieht, Leute, ich muss mich eigentlich durchgehend verstecken, bis ich ja nicht meine Dierrüstung hab. Und alles verzaubert, Leute. Ich weiß doch, wie wir ganz schnell ein Level kommen, Leute. Ich hab nämlich gesehen, ein paar YouTuber haben richtig krasse Levelfarben gebaut, Leute. Da lohnt sich es gar nicht, mir selber eine zu bauen. Und deswegen, Leute, werde ich mich da reinschleichen und mir dann sowas voll verzaubern. Ich glaub, Essie hat sogar auch eine, aber der ist ein bisschen wütend auf uns. Das heißt, es könnte ein bisschen riskant werden, Leute. Wir werden das schaffen. Wo war IT? Da oben läuft sie, da oben. IT! Das ist nicht IT. Das ist aus dem Melina. Das ist aus dem Melina. IT! Hallo? Wird aber nicht verfolgt, oder? Was? Was machst du denn hier? Komm auf keine dummen Gedanken, Elina. Nee, ich doch nicht. Ich komm niemals auf dumme Gedanken. Ich hab Rücken, Elina. Ich hab Rücken. Was? Meine Mannschaft kommt gleich hier mit full dir. Also wenn ich hier versuche Stress zu machen... Holt bitte nicht mehr Angst! Bitte auch nicht mehr Angst! Bitte! Ich hab gar nichts! Ich will nicht alles verlieren! Elina, wir sind friedlich. Hier, ich schenke ein Phantom-Membran. Ich schenke dir... Nee, pass auf. Ich hab die Spendierhosen an. Eine goldene Karotte. Ein Superlil! Dankeschön! Das ist echt korrekt. Das ist echt korrekt von dir. Ja, gerne. Das heißt, wir sind friedlich auf der Insel, okay? Ja. Also bis ich meine Dierrüstung hab, sind wir friedlich. Okay, alles klar. Okay, los! Fortnite! Fortnite, ja! Tschüss! Ja, tschüss! Leute, ich wollte hier nicht angreifen. Hätten wir vielleicht machen können, wir hätten auch nur Eisenrüstung. Aber Leute, ich will... Wenn ich mit ihr ergerb, dann hab ich auch mit Banks erger. Und auch mit was weiß ich, was für YouTubern. Ich komme gleich nach. Hier kommt gleich nach. Wo bleibst du, hab ich ihm geschrieben. Das gehört aus dem Melina-Mischung gesehen. Ich dachte, das wäre IT. Also seht es, Leute. Die Insel ist hier auf jeden Fall belebt, Leute. Es könnte jederzeit auch ein YouTuber mit Dierrüsten kommen. Und dann ist, glaube ich, echt vorbei für uns. Wieso lässt mich IT gar nicht erwarten, Leute? Das geht gar nicht. Das ist viel zu gefährlich. Und hier drunter sind, glaube ich, schon gute Hüllen mit Dias und so. Und deswegen muss ich auf jeden Fall hier gleich irgendwo runtergehen. Wo bleibt IT? Hörfarm ist durch die Jucht. Auffo! Leute, es ist sogar schon nack geworden. Ah, hier bin ich. Aua, Hüße! Flangerissen! Alfa! Leute, hier! Hier! Where the fuck? Ah, da bist du, Junge! So, da sind ganz viele Zombies. Auf! Alty! Ah, mach mal easy fertig, Junge! Alter, was ist das Ende, der Creeper! Oh, oh! Hey, Alfa, ich muss was mit dir reden, Junge! Was denn, Heidi? Oh, oh, warte mal, lass mal die... Ups, hier klatschen! Okay, was ist denn los, Heidi? Okay, Alfa! Ich wollte gerade fahren gehen. Ich mache auch Dierrüstung. Das geht nicht so weiter. Ja, Alfa, es gibt einige Probleme. Wie Probleme? Was sind Probleme? Meine Clan-Member sind ein bisschen, ja... Sie wissen, wir wissen nicht, ob die dich aufnehmen können, ob man ihr vertrauen kann. Hä? Alty, dann müssen wir was anderes machen, Alty. Dann musst du vielleicht zu mir kommen. Verlass den Clan! Komm zu Alty und mir! Nein, das kann ich nicht machen, Junge! Ich bin ein Power-Dagger-Ritter geworden! Alty, meinst du das ernst? Alfa, ich meine es völlig ernst. Tritt du doch uns bei! Ja, aber kann ich das? Die wollen mich doch bestimmt auch besiegen, dann. Nein, ich kann ein gutes Wort bei Max einlegen. Wirklich! Und was mit Ente? Kann ich Ente auch dazu holen? Ich könnte bestimmt mal mit ein Crynex reden, weißt du? Ich habe Ente auch lange nicht gesehen, seit letzter Folge. Ich weiß nicht, ob der noch wütend auf mich ist. Wir müssen auf jeden Fall... Okay, aber Alty, meinst du das wirklich ernst? Kann man dem wirklich vertrauen? Ja, uns kann man vertrauen. Wir sind ein eingeschworenes Team. Und bald kriegt vielleicht sogar Elina bei. Elina, ich habe dich gerade gesehen und bedroht. Alfa, wenn du sowas machst, ist es nicht so gut. Ähm, gut. Alty, also bist du dir sicher? Kein Alfa-Clan! Alfa, es gibt keinen Alfa-Clan mehr. Die Alfa-Clan-Zeiten sind vorbei. Stimmt, die sind vorbei. Ist okay, hat dich zu sein. Ja, dann lass mit ein Crynex reden. Wenn du das organisieren kannst. Ich kann da bestimmt ein Treffen organisieren, wo wir uns alle mal sehen. Aber ich will Ente mitnehmen. Ente kommt mit. Ente kommt mit. Ähm, ja, das kriegt nicht in Alfa. Ich brauche Ente. Ich brauche Ente auch im Tal. Ich kann nicht in den Stich lassen. Der hat sich für mich eingesetzt, muss ich mich für Ente einsetzen. Ja, ich setze mich für dich ein. Ich setze mich für Ente ein. Ich rede mit meinen Leuten. Ente, ich vertraue dir. Du wolltest dir beide ein Herz weniger. Wenn das schief geht, wenn wir uns angreifen, sind wir am Ende. Ich vertraue dir, Aiti. Ja, du kannst mir vertrauen. Ich bin gut mit den allen. Okay, Aiti, okay. Okay, ich gehe aber zurück in... Was geht hier ab? Oh, ich war weg! Aiti! Was hast du, dass du mir in eine Falle gestellt hast, Aiti? Wie ist es da hin? Alfa-Stein, ne? Aiti, was soll das? Das hätte ich niemals von dir gedacht, Aiti. Das hätte ich niemals von dir gedacht, Aiti. Alfa-Stein bleibt stehen oder ich schieße. Aiti, Aiti, du wirst sehen, was du davon hast, Aiti. Aiti, ich werde dich aus dem Projekt rausschmeißen, Aiti. Sofort stehen bleiben. Alfa-Stein. Ja, ein Alfa-Stein, Junge. Aiti, Aiti wusste nicht, dass ich ihn verfolge. Aiti wusste nicht, dass ich ihn verfolge. Er kann nichts dafür. Ich wollte nur wissen, was du dir erzählst. Aiti, pack deinen Bogen weg, Aiti. Ist dein Ernst? Ja, ich packe ihn ja schon weg, Junge. Aiti, du hast deine Loyalität bewiesen. Ich hatte schon Angst, dass du zum Alfa-Klang gehen willst. Aber du bist ein richtiger Paul-Berger-Ritter. Sehr gut. Und du, Alfa-Stein, wolltest du meine Mitglieder abwerben? Nein, das hat nichts mit dir persönlich zu tun, Aiti. Ich wollte Aiti bei mir einfach haben und Aiti auch. Ja, das kannst du vergessen. Aiti bleibt bei mir, Junge. Ist okay, Aiti. Ist okay. Hast du die anderen Sätze gehört? Ja, ich weiß nicht so genau. Ich bin erst später dazu gekommen. Aber ich sage es mal so, warum sollte ich dich nicht direkt jetzt hier abknallen? Ich weiß genau, was passiert mit. Ich weiß genau, dass du Beef mit meinen Freunden hast. Habe ich nicht. Ich weiß auch, was du mit Arive gemacht hast. Das ist doch gut so. Hä, wie, was habe ich hier mit? Er hat mich besiegt. Das musst du wissen. Ja, ja, das stimmt. Ich habe mein Herz weggenommen, Alfa-Klang. Aber du hast ihn entführt. Du hast ihn entführt, das weißt du auch. Du hast Aiti den Herz weggenommen. Das habe ich auch gesehen, Alfa-Klang. Ja, das war aus Versehen mit Aiti. Gib ihm das wieder. Aiti, wir holen uns das wieder. Ich sage es mal so, Alfie. Das ist jetzt eine Verwarnung. Kommst du nochmal hier in die Nähe der Bergerburg, dann gibt es Ärger, Junge. Wo ist die Bergerburg? Die ist in der Nähe. Wo ist die denn? Die siehst du. Das ist kein Problem. Die können wir dir zeigen. Wo ist die, Bruce? Das ist kein Geheimnis. Die Burg ist kein Geheimnis. Ich habe eine Spitzhacke dabei. Ja, du kannst du einfach nicht. Und mehr ist im Mentor. Ganz zu lang versuchen, die abzubauen. Ich brauche ein bisschen Dias, Leute. Ich brauche ein paar Dias, wo ich zu Hause... Ach, wir sollen dir Dias geben. Al-Kramix. Ah, ich glaube nicht. Ich will kein Ärger, Al-Kramix. Ich kann dir nicht vertrauen. Du hast bis jetzt jedes Mal nur Ärger gemacht. Stimmt nicht. Hüge. Wie war YouTuber-Insel 1? Wie war YouTuber-Insel 2? Du hast mich verraten bei YouTuber-Insel 2. Nicht ich dich. Du hast mich verraten. Du hast meine Base gesprengt. Oh, du hast immer nur Terror gemacht. Du hast überall immer alles zerstört und so was. Du hast... Nein, lüge nicht, Al-Kramix. Sei ehrlich. Bei YouTuber-Insel 2 hast du mich betrogen. Bei Al-Kramix. Kann sein. Weiß nicht. Vielleicht war das Nachrichten. Ich war die Loyal. So, du hast nicht mal Dias, Junge. Ich hole mir gleich welche. Ich wollte fahren gehen. Aiti wollte mit mir reden. Es reicht jetzt, Al-Kramix. Ich sag dir ehrlich, Aiti. Aiti, du kannst mit Alphastein befreundet sein. Ist kein Problem. Aber deine Loyalität muss den Paulberger Rittern gelten. Was heißt das? Ich bin immer ein Paulberger Ritter. Sehr gut, sehr gut. Max, bitte. Wir müssen reden, Bro. Was willst du denn reden? Anton, ich wehme niemanden mehr. Wir sind einsam. Ja, das... Was soll ich machen? Wir sind schwach. Ich will mich. Wir können hier nicht jeden aufnehmen bei uns. Wir sind nicht jeder. Wir sind besonders. In Ordnung. Max, hier ist in Ordnung. Aiti, ritt mich besser. Nicht in Ordnung. Nee, sag mehr. Ich sag ehrlich, da muss ich erst meine Zuschauer fragen, ob die wollen, dass wir Alphastein aufnehmen, Leute. Du hast schon Aiti. Aiti ist auch ein Crewmitglied von mir eigentlich. Und ein Einzel, du weißt, Aiti kann man auch vertrauen. Ich bin ein Paulberger Ritter-Jungen. Du bist ein Paulberger Ritter-Jungen, ein richtiger. Aiti, du bist ein guter Schauspieler, Aiti. Ich sag mal so, warum sollst du dich nicht einfach jetzt ins Gefängnis stecken? Ja, Gefängnis. Hä, wie, du freust dich da drüber? Dann breche ich aus. Dann mache ich ein Video. Ich breche aus. Mein Krymax-Gefängnis aus. Ja. Na gut, damit kann ich dir keine Angst machen. Also ich sag's mal so. Ich werde meine Community fragen, ob die darauf Bock haben, dass du das nicht passt. Bitte, Leute, bitte. Alter, ich will damit aufnehmen. Ich weiß leider nicht, ob ich dir vertrauen kann. Ich werde voll dir machen. Ich werde dich beweisen, ein Krymax. Wir machen voll dir und dann hat jeder von uns Angst. Aber so lange, wie meine Community noch nichts gesagt hat, hast du hier betreten verboten hier bei der Paulberger Ritter. Ich will mir nur anschauen. Wo ist die? Oh, die ist sogar hier. Guck dir an, dann weißt du, wo du nicht hin darfst. Ja, ich darf hier nicht hin. Ja, ich darf hier nicht hin. Halt, die kannst du noch gut zudrücken, Aiti. So, jetzt ab hier, ab hier ist Stopp, ab hier ist Stopp. Betreten verboten für dich. Wow. So, betreten verboten hier für dich. Was ist hier? Was habt ihr gebaut? Ja, wenn ich dich hier einmal sehe, werde ich dich angreifen. Aiti, was soll ich angreifen? Nein, ich greife dich nicht an, aber solange du kein Paulberger bist, ist betreten verboten von der Burg. Ja, nur Paulberger dürfen betreten. Akzeptiere ich, Freunde, das akzeptiere ich, Freunde. Gut, also ich muss sagen, Alphastein scheint vernünftig zu sein. Ich habe aus meinem Film lang gelernt, aber ich habe gesehen, wie Steini und Essie mich behandelt haben, die waren so gemein zu mir. Ich habe mich direkt rausgeschmissen, obwohl ich eine private Sache mit der Weif klären wollte. Deswegen, Leute, die sind nicht korrekt. Ich werde es mir überlegen. Bitte, bitte, Leute, den Kommentaren bitte nicht. Alles gut, alles, 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 alles. Alles gut, alles, 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 alles. Bitte, alles, 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 alles. Leute, hier ist eine Kiste. Ah, nichts drin, schade. Die hätte ich auch nicht geklaut, Leute, weil das geht den Paulberger Ritter an. Das hätte ich niemals geklaut. So bin ich nicht, Leute. Okay, Leute, jetzt müssen wir auf jeden Fall sofort farmen gehen. Wir müssen sofort farmen. Wir wollen doch hier auch von denen aufgenommen werden. Oh, oh, hier stimmen so viele Wale rum. Ich hoffe, die greifen uns nicht an, Leute. Leute, let's go. Wir werden Dias suchen. Warte, wir waren doch hier gerade auf einer Insel. Wie haben die da noch nicht, äh... Oder ist das die Farming-Insel? Sie müssen mich noch einmal richtig informieren. Ich denke, ja. Okay, let's go, Leute. Dann werde ich mich jetzt einfach hier irgendwo runterbauen. Und dann gehen wir ab. Haben wir Essen eigentlich für eine Höhle? Wir brauchen Essen, Leute. Oh, warte mal. Ich habe hier doch Knochenmehl. Leute, wir machen uns ein paar Karotten. Brauche ich Holz? Das ist mein kleines Essensproblem, leider. Habe ich alle meine Kartoffeln gebraten? Nein! Ich habe alle Kartoffeln gebraten. Ist das mein Ernst? Ach, Mann, eine hätte ich nicht warten dürfen. So, dann machen wir hier schnell eine Feldtacke. Ah, nicht Ambuss! Schnell eine Feldtacke machen wir. Dann platzen wir schnell im Wasser ein bisschen Karotten. Leute. Weil so kann ich ja noch nicht in eine Höhle gehen, Leute. Oder ich fahre ein bisschen Fische. Fische sind ja auch nicht so viele. Ich habe jetzt auch einen Wassereimer. Okay, kein Problem. Wir machen Wasser einmal. Zack, 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 zack. Wir brauchen ganz viele Karotten. So, da haben wir schon drei. Das geht easy. Mann, ich glaube, ich habe in meiner Geheimbase noch viele Karotten. Aber ich meine Knochen. Knochenmehl. Aber ihr wisst, Leute, da können wir nicht mehr hingehen. Die Zone ist zu gefährlich. Kann sein, dass Ami da campt oder so. Da gehen wir nicht hin. Wir haben 30 Karotten, Leute. Reicht das für lange? Ich weiß nicht. Wir können in einer Höhle dann... Ich nehme mal Erde mit und Wasser. Dass ich im Notfall noch in einer Höhle Essen machen kann. Okay, Leute. Und jetzt wird es Zeit. Full-D-Azohlen. Let's go, Leute. Oder soll ich die beobachten gehen? Nee, ich riskiere nichts. Ich riskiere nichts, Leute. Ich habe schon genug Fehler an diesem Projekt gemacht, Leute. Das war schon zu viel. Was darf nicht nochmal passieren? Leute, let's go. Ich suche eine Höhle. Endlich, Leute. Endlich, Leute. Warte, ihr fragt euch gerade bestimmt, wieso sind hier auf einmal Eisblöcke oder so. Leute, ich habe mich doch umentschieden. Ich bin erst mal. Mal zeige ich euch jetzt, was ich hier gefarmt habe. Vielleicht seht ihr das schon. Ich habe hier einen Hasen besiegt. Denn, Leute, schaut mal. Ich habe alles geholt, was man braucht hier, um die richtig krassen OP-Items zu kriegen, Leute. Und vor allem die Kiste, die man craften kann, Leute. Das mache ich jetzt sogar. Meine Eisenrüstung ist kaputt gegangen. Schaut mich gut. Aber guckt mal, was wir jetzt dafür craften können. Einmal hier die Kiste, Leute. Die ist richtig OP. Den Backpack müssen wir jetzt craften, Leute. Das mache ich als allererstes, weil da können wir endlich alles verstauen. Braucht man das hier, Leute? Ich muss das eigentlich ein zweites Mal farmen, finde ich. Das muss in die Mitte ein Eisen. Und wir haben den Rucksack. Oh, wo ist der? Hier. Und wie nutze ich den? Ich glaube, ich muss den Hotkey einstellen. Und ich sehe den auch noch nicht. Den hier einstellen. Nee, hier ist richtig. Leute, ich muss jetzt nämlich B drücken. Und dann... Schaut euch das an. Wir können ja alles reinstellen. So viel. Das ist nicht wahr, oder? Doch, das geht, Leute. So viel. Oha. Jetzt kann ich alles, was ich nicht brauche, reinlegen, Leute. Ich habe auch eine Enderpelle gefarmt. Da ist leider nicht so viel Knochenmehl gefarmt. Hier Knochen. Und das hier, Leute. Flying Fish, Leute. Mit diesem Flying Fish kann man hier diese Schuhe craften. Und dann bin ich, glaube ich, richtig schnell im Wasser, Leute. Ich schau mal. Ich kraft die einmal. Zack. Wir ziehen die gleich am Wasser an. Ich mache mir nochmal einen neuen Eisenhelm. Jetzt hätte ich eigentlich alle meine wettvollen Sachen auch mitnehmen können, weil ich habe hier so gut wie alles dabei. Genug Platz, Leute. Einfach eine Doppelkiste, Leute. Das ist zu P. Ich will immer noch eine Axt machen, Leute. Und ganz schnell Holz mitnehmen. Bevor ich jetzt gleich in die Höhle gehe und mir eine Dioristin komplett voll mache. Ich muss auf einmal gucken, ob das funktioniert, Leute. Und dann muss ich nur noch herausfinden, wie man diesen Enderhaken craftet. Mit dem man sich auch so ganz schnell bewegen kann am Land. Am Land sind wir jetzt leider noch zu langsam, Leute. Im Wasser sind wir jetzt aber auf jeden Fall schnell. Das zeige ich euch gleich. Das werden unerlich stark, Leute. Wir werden die alle besiegen. Ihr habt gedacht, die anderen YouTuber sind stark, Leute. Das kann man so schnell fahren, Leute. Ich bin einfach nur nicht dazu gekommen, Leute. Aber wir machen die platt, Leute. Ich sage euch ehrlich. Wir machen die platt. Was war es mit denen? Ich bin aufgewacht, Leute. Es ist soweit, die anderen YouTuber zu besiegen. Wir müssten dann als nächstes, wenn wir die Dias haben, nur noch halbwegs... Aber erstmal müssen wir in die Dias kommen, Leute. Ich glaube, die Dias finden geht jetzt auch nicht so schnell. Habe ich noch mein Boot dabei? Ja, habe ich. Bin ich mal gespannt. Wie schnell geht das? Zieh die Schuhe mal an. Ich hoffe, die gehen aber auch nicht die ganze kaputt. Oha, wie schnell ist man denn hier bitte? Aber wie funktioniert das? Das muss ich noch herausfinden, Leute. Das verstehe ich nicht gern. Man springt auf jeden Fall, wenn man oben ist. Okay, das ist schon mal p. Man kann das auch ein bisschen kontrollieren, Leute, wenn man richtig springt. Und die nutzen sich nicht ab, oder was? Wie? Ich dachte, die gehen die ganze Zeit kaputt, aber nein. Die nutzen sich nicht ab. Das ist krass, Leute. Das ist krass. Wir müssen uns auf jeden Fall erstmal in die Richtung, Leute. Weil ich will als nächstes mir einen guten Spot suchen. War das hier schon jemand? Bestimmt, oder? Hier war noch niemand. Alter! Ich dachte, die waren schon alle gelootet. Aber anscheinend nicht, Leute. Das ist sehr OP. Wir haben den ersten Goldapfel. Nice! Und einen neuen Helm. Heftig, Leute. Obsidian. Ich habe keine Dias-Spektakel, leider. Nein, 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 nein. Ich habe einen Schaden bekommen. Nein! Jetzt haben die Schuhe Schaden bekommen. Das ist gar nicht gut. Immer noch alles Schnee. Ja, ist immer noch Schnee, Biom. Ich müsste eigentlich vielleicht mehr von den Hasen fahren, oder? Oder brauche ich nochmal so eine Kiste? Das ist schon OP, oder? Wenn man noch eine zweite hat, dann kann man zwei Doppelkisten mitnehmen, oder nicht? Das wäre zu OP. Aber ich muss erstmal, Leute, ich glaube, das reicht erstmal. Ich habe jetzt hier die Koordinaten von der Insel, Leute. Ich werde doch wieder schnell hinkommen, Leute. Das ist nicht das Problem. Ich will gleich nämlich einfach irgendwo unter Wasser mich runterbauen. Und dann gehen wir da in eine Höhle, Leute. Ich habe gehört, hier wurde schon viel gelootet, Leute. Hier bei den Höhlen sollen schon YouTuber gewesen sein. Ich muss wirklich eine Stelle finden, wo niemand war. Und deswegen muss ich richtig weit weg. Irgendwo, wo nicht mal Land ist. Ich werde mich irgendwo runterbauen, wo Wasser ist. Und dafür gehen wir gerade auch Richtung Weltgrenze. Hier haben wir ein paar Freunde gefunden. Leute, wir müssen uns leider weiterfahren. Wir brauchen das im Notfall für eine zweite Kiste. Aber Leute, so bewegen, das ist zu krass. Ich bin so schnell. Jetzt kann ich doch eigentlich für Amir abhauen. Und falls ein anderer YouTuber kommt, Leute, im Wasser bin ich jetzt zu P. Mich klingt niemand mehr so einfach. Da könnte noch eine Kiste sein, Leute. Ich gehe die mal lieber durchsuchen, weil ich glaube, die wurden wirklich nicht alle gelootet. Wo war ich gerade hier? Was ist nicht? Hier war ich nicht. Boah, komplette Rüstung. Was? Ja, aber okay, das ist leider nur Gold, Leute. Aber dann nehmen wir mit, Leute. Dann haben wir Ersatzrüstung. Kein Problem, Leute. Nehme ich gerne. Warte mal, das ist so viel zu schnell. Okay, es wird dunkel. Und Leute, schaut mal, wir haben hier die Weltgrenze gefunden. Wie krass sieht die aus, Leute? Das ist nicht normal, Leute. Das sieht nicht aus wie ein normales Minecraft. Guckt mal, wie das hier so leuchtet, Leute. Denn das sind irgendwelche Blöcke. Aber ich berühre das lieber nicht, sonst bagge ich mich da noch irgendwie durch oder so. Und dann kriege ich hier Schaden. Ich glaube, da kriegt man richtig viel Damage. Aber das hier ist die Weltgrenze. Okay, Leute, ihr seht es schon. Ich bin hier wirklich irgendwo am Rand, Leute. Und ich werde mich gleich hier irgendwo runter bauen. Ich finde, ich bin sogar ein Höhleneingang. Das ist eigentlich noch besser. Guck mal, ich bin sogar so weit, dass der Chunk hier nicht mal richtig geladen hat, Leute. Oha. Das ist ein sehr gutes Zeichen. Kann sein, dass da vielleicht noch niemanden war und dass da mehr Dears sind. Ähm, aber ich glaube, das wäre ein Spielfehler dann. Ähm, Leute, das muss ich eigentlich den Admin sagen. Irgendwas stimmt hier auf jeden Fall nicht, Leute. Ihr seht das. Das ist doch nicht normales Minecraft, dass hier so viele Blöcke nach oben kommen. Ich würde sagen, hier gehen wir gleich runter, Leute. Ich gucke gleich, bei welchen Koordinaten ich bin. Auf jeden Fall irgendwas mit minus 3000, Leute. Mehr kann ich nicht sagen. Sonst finden mich die anderen YouTuber, Leute. Ich würde jetzt hier alleine fahren gehen. Leute, ich würde sagen, wir gehen jetzt... Ich glaube, wir haben auch alles dabei, was wir brauchen. Ja, wir gehen jetzt einfach hier irgendwo runter. Und dann geht's ab, Leute. Ich brauche am besten noch eine Tür oder so, eine Falltür. Wir hoffen die mal schnell. Und dann gehen die hier ganz locker runter. Oder eine Tür einfach. Äh, so. Können wir auch atmen. Let's go. Das wieder abbauen auf den Span. Tür dann einfach runter bauen. Oh, die Tür, nein! Das fand ich schlau. So, noch eins runter, noch eins runter. Schnell, 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 schnell. Und jetzt wieder die Tür platzieren. Jetzt ist alles easy, Leute. Oh, doch nicht! Oh, da wird gleich Wasser reinkommen. Ach, Mann, ey. Ich muss noch eins runter, dass hier kein Sand mehr ist. Und dann können wir sicher runterkommen. Ähm, Leute, ich kann die Tür nicht platzieren. So, jetzt, Leute. Zieh hier oben einfach mal irgendeinen Block. So, und jetzt sind wir sicher. Und jetzt muss ich noch eine Hülle finden, Leute. Ich hoffe, ich falle nicht gleich einfach irgendwo runter. Ich bin mal vorsichtig runter. Auch lieber immer zwei Block ab, Leute. Zur Sicherheit. Auch nicht so viel Eisen dabei, oder? Nein! Oh, ich muss gleich was schmelzen, auf jeden Fall. Habe ich Kohle, ja? Habe ich alles? Gut, dann packe ich hier erstmal alles rein, Leute. Zack, 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 zack. Oh, Leute, die sind mit Hass so vorteilhaft. Danke, ehrlich. Das Zweite. Das können wir richtig viel fahren, Leute. Das ist nicht mehr normal. Okay, Leute. Ich, äh, sag Bescheid, wenn ich die jetzt finde. Ah! Leute, nach langem Suchen. Ja! Ich hab die ja gefunden. Let's go, Leute, let's go. Boom! Nein, nur eine. Leute, uns fehlt noch. Wie viel braucht man für eine Rüstung? Äh, 8 plus 7 plus... Das ist auf jeden Fall viel. Wir brauchen auf jeden Fall mindestens 30, glaube ich. Aber den ersten neun haben wir gefunden. Das heißt, wir haben insgesamt drei. Ja, Leute, jetzt haben wir insgesamt drei Stück. Sehr gut. Aber das war es noch lange nicht, Leute. Wir müssen noch lange weitersuchen. Leute, ich zieh durch. Ich werde heute eine komplette Dierrüstung haben. Nicht dann morgen. Aber nee, ich muss eigentlich heute durchziehen, Leute. Und hier ist eine riesenlose, sehr große Höhle. Komm schon, Leute. Einfach genau... Da oben, da oben! Ja! Let's go, Leute! Wow! Let's go, nice! Ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ich hätte nicht gedacht, dass wir direkt einen Nixen finden. Ich freue mich noch über Dias. Die anderen haben bestimmt schon so viele. Die interessiert das, glaube ich, gar nicht mehr. Nix von dir! Let's go! Da hinten noch einer! Ja, Fortnite! Let's go, Leute! Komm schon, bitte noch einer irgendwo. Bitte, bitte, bitte! Wie viel Höhe ist das hier? Minus... Höhe... Minus... Minus 5? Ja! Auf Höhe minus 5 haben wir gerade welche gefunden. Sonst war es das hier, glaube ich. Nicht schade. Oh, Leute. Das ist doch auch voll selten, oder? Eine Spinne mit Skelett. Oh, oh. Ich muss gleich auf jeden Fall vorbeilaufen. Meine Rüstung geht schon komplett kaputt. Nein! Ah! Ja, Leute, ich mach mein Eisen. Ich schmelte jetzt mit meinem Eisen. Mach mir neue Sachen und so. Oh, Mann, ey, Leute. Ich wollte jetzt nicht Eisen farmen hier. Sonst bleibt keine andere Wahl jetzt gerade übrig, Leute. Ich will nicht draufgehen. Ich hab ein Bett von mir jetzt ganz weit weg platziert. Mit einer Notfallkiste, mit Spitzhacken und so. Sollte ich draufgehe. Was dauert noch? Ich glaube, das wird auch nicht passieren. Das wollte ich draufgehen. Außer es kommen irgendwelche neuen Monster, die ich noch gar nicht kenne. Leute, es gibt anscheinend noch mehr Monster in Höhlen. Vor denen habe ich ein bisschen Angst, Leute. Ich sag hier ehrlich. Noch stärker als diese Riesenschlangen oder was. Das war, was wir da gesehen haben. Diese Tausendfüßler. Dem habe ich wirklich sehr viel Respekt. Los, Schuhe. Schauen wir Schuhe nach. Hose, ja. So, neue Hose haben wir, falls die gleich kaputt geht. Und Schuhe. Oh, oh. Ich hör irgendwas. Ich hör irgendwas. Was war das? Was war das? Das ist so ein OP-Mod? Bittet ihr das, Leute? Ich muss weglaufen. Ich muss weglaufen. Leute. Sehr gruselig angehört. Komm schon, Leute. Nur noch ein Eisen. Ich hör es schon wieder. Ich hör es schon wieder. Es kommt immer näher. Es kommt immer näher. Ich bin schült bereit, Leute. Es wird echt immer lauter. Eisenschuhe und weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg hier. Weg, weg, weg. Hier bleibe ich nicht lang, Leute. Was war das für ein Geräusch? Einfach nicht hinterfragen, Leute. Einfach nicht hinterfragen. Einfach weiter Dias suchen. Let's go, Leute. Ich suche weiter. Komm schon, Leute. Hier ist so viel offen. Als ob wir nicht noch mehr Dias sind. Im ersten Blick sehe ich hier leider gerade gar nichts. Nein. Ab das Latze, die brauchen wir nicht. Und wir müssen auf jeden Fall essen. Ja, es ist eine Dias. Ich bin hier einfach, was es ist. Das Projektgewinn, Leute. Eine Hose kaputt. Und neue ist an. Sehr gut. Menschen, Leute, wir dürfen nicht aufgeben, Leute. Wir geben nicht auf. Laufen weit, ja. Und finden unsere Dias, Leute. Da vorne. Sehr gut, Leute. Sehr gute, sehr gute Diamanten. Nice. Sehr wichtig, Leute. Wir haben schon... Wie viele Dias haben wir jetzt insgesamt? Wir haben fünf insgesamt. Jetzt haben wir mehr. Für mehr als einer. Bitte mehr als einer. Komm schon, bitte mehr als einer. Bitte, bitte, bitte. Und bitte vorne. Ah, Skelett. Wo ist der? Ich mach den platt. Den mach ich platt, Leute. Was will der von uns? Ich höre schon wieder irgendwelche Mobgeräusche. Ich darf auf jeden Fall nicht lange bleiben, Leute. Ich verschwinde gleich wieder. Das war nur ein Bier oder was? Niemal. Wir haben insgesamt sechs Stück, Leute. Aber es geht echt schnell. Auf jeden Fall schneller als aus der anderen Welt. Na gut, hier ist echt nichts mehr. Weiter geht. Ich höre wieder dieses Geräusch, Leute. Aua. Gruseligere Geräusche höre ich wieder. Da sehe ich nichts. Weiter geht. Da können wir noch weiter lang gehen. Dann lass hoch. Komm schon, Sieas. Was ist denn das? Bleh. 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 Die Wanken. Komm schon. Da geht es runter. Ah, dieses Glatte schminkt mir voll runter, so. Was ist das? Ja, noch ein Bier. Let's go. Das kann mich auslachen, Leute. Die anderen in die Tür bedachten, ich kann mich besiegen. Nein, 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 nein. Wir werden wieder stark, Leute. Wir werden die Stärksten. Da unten sind bestimmt noch mehr Dias. Komm schon. Ich weiß es, Leute. Wir müssen noch mehr sein. Oh, eine Di... Eine Dings, eine Mine. Sehr gute. Können auch viele sein. Ich darf hier aber nichts verpassen, Leute. Ich gucke wirklich überall hin. In jeder Ecke, was ich sehe. Kann hier was sein? Nee. Also, wo führt das hier hin? Gehen wir weiter? Wir sind blaue Erze. Nur Lapislazuli, leider. Wo geht es noch weiter runter? Boah, Leute. Die Höhlen sind so riesig. Wie kann man nur Diamanten finden? Wo bin ich gerade gekommen? Das Eisen. Und... Van Dias! Die! Noch mehr! Nicht gierig werden, Leute. Aber ihr wisst selber, Leute. Von Van Dias sind wir verlaufen. Ah, wie viel Schaden macht ihr denn? Was hast du für ein Zombie? Gerade im Kreis gelaufen. Oh, oh. Das ist eine Creeper-Armee. Das ist eine Hexe. Das ist eine Hexe. Ich bin nicht im Kreis gelaufen, Leute. Das ist eine Hexe. Bogen, Bogen, Bogen. Wo habe ich einen Bogen? Schnell einen Bogen, Leute. Um die Hexe zu besiegen. Das Hexen anlegen will ich mich nicht. Wo ist die Hexe? Vorne. Erstmal die Hexe besiegen, Leute. Ganz wichtig. Ich habe den Einmalen getroffen. Nein, 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 nein. Hey, die Skate. Langsam. Wir bekämpfen sich jetzt selber. Sehr gut. Erstmal die Hexe ausschalten. Ganz wichtig. Die lebt noch. Die lebt noch. Ich habe keine Pfeile mehr. Wo habe ich noch? Die Hexe kommt. Hey, die lebt immer noch. Ich habe noch drei Pfeile. So. Wo ist die Hexe? Vorne. Verschwinde, Hexe. Verschwinde. Creeper. Wow. So gefährlich. Wir haben die Hexe besiegt. Sehr gut. Wartersuchen, Wartersuchen, Wartersuchen. Sehr flach. Hier ist wo ein Dias. Ich habe Hunger nach Diamanten. Sch, sch, sch. Ob sie die anzulie. So, jetzt geh runter hier. Wo ist mehr Dias? Skeletts. Du kannst in die Lava gehen. Ich gehe nicht in die Lava. Ich sehe auch keine Dias, Leute. Schade. Da oben in der Ecke irgendwo. Auf den ersten Blick sehe ich hier nichts. Ich laufe weiter. Oh, Leute. Guckt mal. Ich habe jetzt sogar einen Spinn-Spawner gefunden. Den kann ich mitnehmen irgendwie. Oh, nein, Leute. Die Stelle muss ich mir auf jeden Fall markieren, Leute. Die sind sehr wertvoll. Niemals, Leute. Wirdet ihr es niemals glauben. Ich habe hier einfach jetzt hier bei Mien-Schacht. Oh, habe ich die Koordinaten gezeigt? Irgendwo. Das ist nicht gut. Ich habe hier zwei Spinn-Spawner gefunden. Ich muss hier direkt abbauen, Leute. Ich mache hier erstmal platt, Leute. Ich habe hier einfach zwei Spinn-Spawner nebeneinander gefunden. Zwei Stück. Damit kann ich eine super OP-XP-Farm bauen, Leute. Allein das ist schon richtig wertvoll. Wenn ich das mal sage, dann wird er mich 100% aufnehmen. Ganz ehrlich, Leute. Das ist wirklich krass. Zwei nebeneinander direkt. Muss man einmal mit einer anderen Person hingehen. Dann kann man direkt beide mitnehmen. Das ist zu krass, so Pinn. Dann sind es auch Spinn-Spawner. Die lohnen sich, glaube ich, richtig krass. Ich glaube, die geben richtig viel Level, diese Cave-Spinnen. Sehr gut, Leute. Wir haben Vorteil, endlich. Oh, Verklang. Oh, Verklang. Ich meine, Power-Bagger-Ritzer. Power-Bagger-Ritzer. Hier ist der Zweite. Das ist so krass. Zwei nebeneinander.